Um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, solltest du Abonnent sein, dieses Video liken und vor allem die Lösung nicht in die Kommentare schreiben, sondern einfach nur Hashtag Win in die Kommentare schreiben, damit ich sehe, dass du aktiv bist. Alle weiteren Teilnahmebedingungen etc. findest du in der Videobeschreibung. Viel Glück! Bis zum nächsten Mal.